Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Nummer 3496 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Ich lerne Deutsch. Mein Freund erstellt mithilfe künstlicher Intelligenz Fotos von mir. Warum drehst du mir den Rücken zu? Bist du beleidigt? Warum drehst du mir den Rücken zu? Bist du beleidigt? Warum drehst du mir den Rücken zu? Bist du beleidigt? Ich habe mich sehr über ihn geärgert. Er sollte mich nie wieder so bloßstellen. Ich habe mich sehr über ihn geärgert. Er sollte mich nie wieder so bloßstellen. Ich liebe es durch die Felder zu laufen. Es riecht dort so angenehm. Ich liebe es durch die Felder zu laufen. Es riecht dort so angenehm. Ich liebe es durch die Felder zu laufen. Es riecht dort so angenehm. Hast du außer Käse und Weintrauben noch etwas anderes gekauft? Hast du außer Käse und Weintrauben noch etwas anderes gekauft? Maria ist eingeschlafen, aber es dauert nicht mehr lange, bis wir am Ziel ankommen. Ich sende alle Fotos automatisch in die Cloud. Dort sind sie sicher aufgehoben. Ich sende alle Fotos automatisch in die Cloud. Dort sind sie sicher aufgehoben. Seit wir den Mixer haben, gibt es bei uns zu Hause immer frischen Gemüsesaft. Seit wir den Mixer haben, gibt es bei uns zu Hause immer frischen Gemüsesaft. Der Tag wird gut. So fühlt sich Superwoman für mich an. Jetzt kommen einige Wiederholungen. Mein Mann kann das genauso gut wie der Koch im Fernsehen. Mein Mann kann das genauso gut wie der Koch im Fernsehen. Mein Mann kann das genauso gut wie der Koch im Fernsehen. Ich esse gerne, was er kocht. Vielleicht hilft diese Tablette gegen mein Fieber und meine Kopfschmerzen. Sollen wir uns um 16 Uhr bei dir treffen? Dann haben wir drei Stunden Zeit zum Üben. Sollen wir uns um 16 Uhr bei dir treffen? Dann haben wir drei Stunden Zeit zum Üben. Es macht mir Spaß mit anderen Menschen zu telefonieren und ihnen bei ihren Problemen zu helfen. Es macht mir Spaß mit anderen Menschen zu telefonieren und ihnen bei ihren Problemen zu helfen. Für ein jugendliches Aussehen bin ich zum Ausprobieren vieler Dinge bereit. Ich höre beim Laufen immer Musik oder einen Podcast. Bevor ich Gewichte hebe, konzentriere ich mich auf meine Muskeln und das Training. Sonntags sind wir oft mit unserem Kajak auf dem Kanal unterwegs. Sonntags sind wir oft mit unserem Kajak auf dem Kanal unterwegs. Olena hat uns von der Brücke aus fotografiert. Sonntags sind wir oft mit unserem Kajak auf dem Kanal unterwegs. Olena hat uns von der Brücke aus fotografiert. Ich habe dieses Kleidungsstück schon lange nicht mehr getragen. Passt es heute zu meinem Outfit? Ich habe dieses Kleidungsstück schon lange nicht mehr getragen. Passt es heute zu meinem Outfit? Ich freue mich, dass wir uns jetzt auch endlich persönlich kennenlernen. Ich freue mich, dass wir uns jetzt auch endlich persönlich kennenlernen. Am Strand liegen viele leere Plastikflaschen, die dort nicht hingehören. Am Strand liegen viele leere Plastikflaschen, die dort nicht hingehören. Ich sollte wirklich mit dem Rauchen aufhören, aber ich schaffe es einfach nicht. Ich sollte wirklich mit dem Rauchen aufhören, aber ich schaffe es einfach nicht. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. bis aufhören, die da nicht glücklich sind. Drei Mal. Drei Mal. Drei Mal. Drei Mal.